Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über mein Projekt MekaHunt bzw. Arduino Bionicard. In diesem Video zeige ich euch, wie man alle Teile zusammenschraubt und die Arduino Bionic Hand zusammenbaut. Zuerst fange ich mit dem Controller an. Ich möchte prüfen, ob in meinem neuen Design alle Teile und alle Masse miteinander überstimmen. Deshalb solltet ihr das Video bis zum Ende anschauen. Dann versteht ihr, wie ihr die gesamte Hand und das Projekt nachbauen könnt. Wenn ich sehe, dass alle Teile zusammenpassen, kann ich mit dem Zusammenbau beginnen. Das hier ist ein komplett neues Design. In meinem alten Design haben die Controller Handschuhe meiner Hand etwa schmerzhaft eingeschnürt. Diesen Fehler habe ich in diesem Video behoben und ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Das Prinzip ist ganz einfach. Alles läuft über einen Arduino Nano. Ich habe auch eine kabellose Version entwickelt. Dazu wird es später ein tutoriales Video geben. In diesem Video geht es um die Version mit Kabel. Die Funktionsweise ist simpel. Wenn sich die Potentiometerwerte ändern, wird ein Signal an den Arduino Nano geschickt. Der Arduino steuert dann die Servomotoren, sodass sich die Finger bewegen. Wenn die Potentiometer zurückgehen, bewegen sich die Finger entsprechend zurück. Das simuliert die Bewegung einer älteren Hand. Ich habe verschiedene Materialien ausprobiert. Für manche Teile PLA, für andere PETG. Am Ende habe ich festgestellt, dass PETG besser funktioniert. Deshalb habe ich einige Teile später noch einmal neu gedrückt und PLA ersetzt. Jetzt lasse ich euch mit meinem Projekt alleine. Ihr könnt euch anschauen, wie man alles zusammenbaut. Später werde ich auch ein Demonstrationsvideo machen, um alle Funktionen meines Bionic Arm zu zeigen. Den Code und die STL Dateien werde ich mit euch teilen. Dann folgt mir einfach auf meinen Social Media Kanälen, Instagram, TikTok und YouTube. Und vergesst nicht zu kommentieren, eure Verbesserungsvorschläge zu schreiben und das Video zu liken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr den Code und die STL Dateien jetzt schon braucht, schreibt mir einfach einen Kommentar in die Video. Dann teile ich sie mit euch. Dann teile ich sie mit euch. Dann ist uns Payton mit euch. Dannced ich mich mit euch. Ausatmen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020